so ich nehme das jetzt hier noch mal auf also ich habe jetzt hier einmal eine screenshot app geöffnet die ein video erstellt dann einmal die app hdr kamera und einmal diese strahlungsmessungs app ich stehe jetzt hier vor dem fenster vor der heizung man sieht jetzt hier die leuchtende lichterkette und ich gehe jetzt hier einfach mal mit dem gerät hier dran in die lichterkette bisschen luftstrom kriegt sie von draußen mit jetzt hier unten beim fenster geht es hier oben man sieht das fenster ist nicht gekippt sondern zur seite offen scharnier fenster nirgendwo großartige ausschläge normalerweise haben frühere apps immer auf elektromagnetische strahlung angesprochen 3er steckdose ist natürlich strahlungsquelle für sowas reagiert die app nicht drauf gut dann gibt es noch die möglichkeit dass so eine app auf die lage reagiert macht sie auch nicht wirklich radioaktivität ist schwer die radioaktive strahlung also die substanzen die die verbreiten eben auch sind also wenn unten zu finden hier ist der luftstrom bisschen durch das geöffnete fenster hier wird der luftstrom stärker das hände misst keinen luftstrom das im video auch natürlich schwer zeigen und hier wo der luftstrom am größten ist ist es draußen kalt drinnen warm dementsprechend zieht natürlich auch die luft von draußen rein und natürlich auch von unten und mitten im luftstrom ist dieser peak drin auch nicht überall wobei es schon deutlich geringer es war bei 230 vorhin der wert wenn ich den luftstrom jetzt verringe ich mache jetzt das fenster auf ein bisschen geht der wert auch runter so ist es draußen aber immer noch erhöht das müsste eigentlich 50 sein glaube ich maximal jetzt gibt es natürlich noch die möglichkeit dass es an dem fenster liegt hier dass irgendwas drin ist jetzt gehe ich hier einfach mal den rahmen lang das ist tatsächlich irgendwas da wo das fenster unten staubig ist wie man sieht aber immer noch nicht den ausschlag den ich habe wenn ich das fenster jetzt schließe damit der luftstrom stärker wird dann geht der wert deutlich nach oben hier ist der luftstrom am stärksten ich merke das an meiner hand diese folie hier achtet ist eine rettungsfolie und der lichtert nicht die habe ich jetzt einfach noch angetan weil das schön gelb ist schön golden hier nehmen wir dann längs gehen ist auch die folie das ist nur eine aluminiumfolie so eine rettungsfolie die ist auf einer seite geschützt gegen korrosion und auf der anderen seite korridiert da wo sie geschützt ist ist die silberfarben wo sie gelb ist da ist da wo das aluminium oxidiert ist hier ist mitten im luftstrom der ist natürlich auch wie so eine art sieb hier radioaktivität ist schwer also die materialien so blei und sowas cesium alles schwer ja und da wo natürlich die luft mit den schweren bestandteilen rein zieht das ist genau hier und der wert ist definitiv zu hoch ich kann hier mal auf den boden gehen hier ist auch so eine folie gut das ist direkt unter dem fenster jetzt am boden keine ahnung was an der folie liegt es nicht hier ist die gleiche folie oder hier hier kommt so gut wie gar keine luft vorbei von draußen sicherlich habe ich hier das wird auch auch staub sein der hier drauf ist ich werde mir gleich die hände waschen der auch das mit verursacht hier also es wird schon was reingekommen sein unter allem im staub drin sein aber es ist trotzdem einfach viel zu hoch und diese app steht eben auf wind nicht an weil es kein sensor für sowas in dem handy da diese app funktioniert über den fotosensor wohl und das ist ein ja eigentlich ziemlich empfindlicher guter sony c-chip der in dem handy verbaut ist es ist also tatsächlich möglich dass das ding wirklich funktioniert und dann haben wir hier tatsächlich nicht nur den geruch in berlin köpenick in der luft von der brennenden ukraine sondern auch die konsequenzen schon von den vier beschossenen atomkraftwerken und von der munition die dort verwendet wird und dein claimed natürlich du Vielen Dank.